Warum machst du jetzt noch zwei Imposter-Router? Ich raste aus, das gibt es nicht. Hab's noch rumgestellt? Ich hab's gesehen. Okay. Ihr habt sie neu gesehen. Uuuuut? Die Dorn zwacken mit ihrem Arsch. Stopp. Ey, die schlimmste Meck von allem. Hä? Was stimmt mit dem Boot? Was stimmt mit dem Boot? Ich war irgendwie abgeschnitten beim Ziplinen. Mein Körper war so abgeschnitten. Irgendwie so sah es zumindest aus. Es sah nicht richtig aus, irgendwie. Keine Ahnung muss hier hinlaufen. Wo's für das noch mal ankommt, gleich. Ja, hab ich hier gut gemacht. Okay, ich glaub, trotz des Updates sind die Maps jetzt einfach zu groß geworden. Mhm. Weil hier läuft auch grad Null irgendwas. Ja, ja. Traf dir endlich einen anständigen Laptop. Also, Airship lief noch flüssig. Fangler hatte ich eh schon manchmal Probleme, aber jetzt bei beiden geht nix mehr. Wusstet ihr, dass Adele bei uns ist? Wir haben einen richtigen A-Promi hier. Oh, A? Ja, der ist da. Ja. Ich möchte sie umbringen. Wir sind was hier, wer schon mal eine Boss heißt. Das lief bei Loud House, aber nicht der Cartoon-Serie da. Wo sind die Mäuse? 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 Diese autistische Geschweide hat Dieser hat seit drei Tagen nicht mehr geklacht Wie war das mit Bohlhoffner hat alles vorgeschissen? Ne, das war halt... Wer war das? Messi Also Bohlhoffner hat den Kauten kurz Ja Ich kann nicht mal lesen was da steht bei diesem dunklere Schwarz das du überdeckt Ich habe dieses Ei im Labor gemacht Bist du ein Huhn oder wat? Wollst du Inseldieb? Tja Ich würde ja gerne mitmachen bei der Diskussion, aber ich darf nicht Scheiße, Dale Das schenke ich nicht Stimmt, wir müssen das Soundboot wieder mehr benutzen, ne? Vielleicht hätte ich das mal mit neuen Sounds Ja, stimmt, wir hätten neue Sounds drauf spielen müssen für das Update Das ist wichtig Kann ich hier auch irgendwo am Rand hängen bleiben? Ne, hier fliegt man durch, alles durch Der Prozess System reagiert nicht Scheiße Alles klar Kaufe bitte endlich Scheiße Ich löse das jetzt, die komplizierte Rätsel Ja, das war gut Stichwort Derzeit könnte ich eher laut ausgucken, als dass die Runde zu laufen kommen Ich möchte 999 Robine Ich möchte ein Sektor für Schwambo Dann wissen wir jetzt, was das Spendenziel wird Dann wissen wir jetzt, was das Spendenziel wird goMarin house Ey, dass... dass wir da sein Oie 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 Nochmal erinnern, wenn es wieder so läuft Nein, ich wollte jemanden schützen. Ich wollte hier bitte hinterher fliegen. Och Mann, zu spät. Too bad. Das ist ein Problem. Man, Gangbang-technisch merkt schon, die Leute sind heiß. Die wollen... Hier geht's dir direkt ernst. Ich fand nicht, ob die auch schon alle Alkohol getrunken haben. Wer hat gesehen, welche Map jetzt gespielt? Ich nicht. Das ist halt in Ordnung. Offensichtlich eine, die jetzt wieder alles falsch spürt. Warum denn zwei Imposter? Ich bin so slow. Ich konnte ja nicht umstellen. Ich sollte sofort anfangen. Er stößt aber in Warnung gestürzt nicht ab. Es funktioniert. Es wird immer schlechter. Nein, nicht das. Hä? Ach da. Es geht nicht slower. Ich hab den Stalker-Modus aktiviert. Was? Ein bisschen. Wie heißt das? Main Engine oder so? Keine Ahnung. Ich finde es einfach Main Engine. Not funny. Ich meine, klar. Es kann doch ein Shapeshifter sein. Das kann genauso gut sein. Ich spreche Deutsch hier. Not funny? Funnest save, Alter. Einfach funnest save. Ich geb den gleich ab. Ich habe die Person getrackt. Ich bin Tracker. Ich hab genau bis bald getrackt und der wurde gekippt. Die Votingzeit ist natürlich auch hervorragend. Ich hatte keine Zeit, es ist die vorgegebene Empfehlung des Spiels, dieser Einstellung zu haben. Ich habe eine starke Theorie, wer die zweite Person ist. Könnte es etwa die Person sein, die die ganze Zeit gesagt hat, dass es nicht funne ist. Hm, bin mir nicht so sicher. Wo ist Schwachs? Ich will dich tracken. Ich will tracken, Mann. Tracken. Wo muss man hier auf Tee nicht? Ey, Fabio, wie oft gab es diese Map jetzt schon? Ich trick jetzt den da nicht. Ich habe immer noch keinen Überblick auf die Welt. Das ist voll witzig. Der traurige Absturz von dem Morgenabend. Hä? Was ist das denn? Ich kann es nicht mehr bedrücken. Okay, ich stimme Fabio zu. Ich stimme Fabio zu dem Bescheiße. Der Müll hat sich einmal um 180 Grad gedreht und ist stecken geblieben. Ich konnte nichts mehr machen. Da passt erst, dass Clouds-Kostümer gezogen ist. Hey. Endlich checkt es mal jemand. Ich will Schwarz finden. Ja, mein Tracking ist schon. Hier. Bist du da reingelaufen? Nee, sah doch komisch aus irgendwie. Als ob der hier reingelaufen ist in das Ding. Mann, ey, ich will Schwarz finden. Mann, ey, ich will Schwarz finden. Jo. Jo. Ich darf ja nicht sorgen. Haha. Bei mir juckt es jetzt überall. Ich kenne die Map gar nicht. Ich drücke jetzt einfach den... Hallo? Seid mit Tee schlau wildblau. Seid mit Tee schlau wildblau. Hahaha. So. Das ist ein Kiss. Spacko, ey. Achso. Oh, jetzt habe ich ihn nur gemeldet. Ich wollte ihn ja nicht kicken. Ja, ich bin's auf jeden Fall, denn ich habe nicht Pfanne rausgeschmissen vorhin. Ja. Ich blöde eben. Das ist der Kickbutton. Könnte ich eigentlich auch den Imposter kicken, wenn ich mir 100% sicher bin, dass ich's bin? Das wäre doch auch lustig. Nee. Können wir... Sama. 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 Trotzdem. Der droht nicht. Ey, ich wollte da was schreiben! Das ist der Geilste Hund, ey. Mann ist der Scheisse! Scheiße. Er hat gesagt, er war die ganze Zeit bei FUNNE und FUNNE war es. Ja, super. FUNNE, ey. Ich gehe mal davon aus, ich würde auch denken, dass es zwei Freunde sind, die sich gegenseitig unterstützen würden. So eine Scheiße wieder. Na ja. Freunde sind Freunde. So, wer wird von mir getrackt? Die erste Person. Ich kann niemanden tracken, weil comms sabotaged sind, what the fuck. Ach, ich muss da oben was machen. Sag mal ey. Pizze. Pfein. Pfein. Warte, wer ist Du Bois? Na. Du? Der Nachname von Helen. Ach so, Du Bois. Ja. Du Bois. Ich wusste nicht, dass Du das bist. Diese Map Müll. Keine Ahnung, Alter. Ich drücke jetzt den auf. Ich wurde für den unsympathisch. Das ist ein Punkt. Oh! Ja, gewann. Oh shit. Ja, kack. Ach. Ich geh wieder zum Tresor, den ich wieder aufkriege. Hallo. Ich track dich direkt. Du weißt ja jetzt, wo ich bin. Ich hab dich nicht getrackt. Ja, ich hab dir grad gesagt, wo ich hingehe. Neues Rätsel. Ich track dich jetzt so. Null. Wie neues Rätsel. Ach so. Das Cockpit hier? Ja, oder? Nee, das Wort. Tschüss. Ja, oder? Oh-oh. Wo ist denn hier? Ohja-ja. Wie verstehe dieses Atom? Ich verstehe dieses Atom. Winflex. was war der doch? rotzass wieso denn nicht? warum machst du das? ich möchte gewinnen hallo drück doch mal drehen drehen hallo ja ok nein ich weiß nicht obing flext es raus keine runde keine runde marina ja 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 ja